Red Tail 5 Kommando Zentrale, hier ist Red Tail 5. Wir nähern uns dem Absetzpunkt. Die Gegend zieht ruhig. RPG, ab 3 Uhr! Ausweichen! Hey! Mayday! Hier ist Red Tail 5. Wir sind getroffen und stürzen ab. Red Tail 5, stürzt ab! Red Tail 5, antworten! Alle Überlebenden von Red Tail 5 aufgepasst! Mehrere... Ich wiederhole Red Tail 5. Sie müssen sofort die Absturzstelle verlassen und sich im Bravo-Team treffen. 1! 1! Jaaah! Move! Move! Up to the ground! Das war's für heute. Das war's für heute. Achtung! Was ist das? Bokse nur umgeminar! Okay. Ja! Oh, 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 oh. ARGH! Das war's für heute. 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 Wir können hier nicht bleiben. Okay, schnapp dir alles, was du brauchst. Wir sind die Letzten in diesem Gebiet. Wir hauen hier ab und treffen uns mit dem restlichen Team zwei Blöcke weiter am Evakuierungspunkt. Wir müssen uns aufmachen, bevor wir die ganze Stadt am Hals haben. Ich bin aufmachen. Ich bin aufmachen, ich bin aufmachen. Wir sind 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 aufmachen. Ich bin aufmachen. Da sind wir schon aufmachen. Und dafür werden wir uns für den Shipwərindler zurückgefliegt haben. Wegen schwerem Feuer in der Landezone abgebrochen. Die Helis können erst abliegen fallen, wenn die Kicken frei von Feinden ist. Redtail, wir haben die Verbindung zu Ihrem Delta Operator verloren. Kehren Sie zu seiner letzten Stellung zurück und beurteilen Sie die Lage. Ich wiederhole, die Verbindung zum Delta Scharfschützen ist unterbrochen. Er muss eventuell geborgen werden. 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 Den zahle ich. Ja, ich werde zu lassen, sagen wir mal. Retail, der Rettungshubschrauber ist eingetroffen. Ich wiederhole. Das Evakuierungsteam ist eingetroffen. Massen Sie ein, auf den Weg die falschen Suche zu holen. Oh, 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 oh. Ich gehe keinen Schritt weiter. Okay. Ich gehe keinen Schritt weiter. Okay. Gute Arbeit, Retail. Evakuierungsteam bringt Sie heim. Da Sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen Sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten. Sobald Sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen. Greifen Sie den Gegner auf keinen Fall vorher an, sonst wird das Leben der Geiseln unnötig gefährdet.